. Michel. Kleindienst. 2 zu 0 und dann ist es auch egal, ob es dahin unauffällig war. Der Fehler außen von Martin, der sich viel zu leicht verladen lässt von Michel. Wer sich seinen fünften Assist hier leistet. Und Tim Kleindienst erzielt sein viertes Saisontor. Also die Einwechslung von Michel. Spätestens jetzt hat sie sich gelohnt. Und Tim Kleindienst macht sein erstes Tor, nicht als Joker. Bis jetzt dreimal eingewechselt. Und zuletzt getroffen am siebten Spieltag gegen Regensburg.